Moin aus Hamburg und herzlich Willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für Dein Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten, was uns die rosa-rote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht so trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn Dir unser Podcast gefällt, teile ihn gern mit Deinen Freunden, folge uns auf Instagram und abonniere uns auf Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera Benia Verlag. Und um keine Neuerscheinungen, Seminartermine und Veranstaltungen von und mit Seraphine zu verpassen, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Trägst Du auch den Wunsch in Dir, Dich wieder ganz zu fühlen? Dich nicht länger von Gedankenkarussellen im Kreis führen und von zerrissenen Gefühlen lähmen zu lassen? Dann kann Dir diese Podcast-Folge sicherlich eine große Hilfe sein. Denn wir schauen uns mal an, was uns in unserem Leben eigentlich in dieses Dilemma geführt hat und vor allem, wie wir lernen können, uns endlich wieder ganz und heil zu erfahren und zu erleben. Wie versprochen mit mir im Studio Seraphine. Hallöchen! Ja, hallo Benedikt und hallo ihr Lieben daheim und wo auch immer ihr uns jetzt in diesem Augenblick zuhört. Hallo liebe Podcast-Freunde! So, ein sehr, sehr schönes und sehr wichtiges Thema. Wieder ganz sein. Viele Menschen haben ja das Gefühl, dass sie sich nicht ganz oder denken, dass sie sich nicht ganz fühlen, nicht ganz sind. So, wir fühlen oft so eine Erschöpfung, eine innerliche Zerrissenheit in der Jagd nach dem jeweiligen Glück. So, wir fühlen uns nicht verbunden im Miteinander. Woher kommt das? Warum sind wir nicht ganz? Warum sind wir nicht so ganz? Ja, also, es ist ein Podcast. Wir reißen die Themen so an. Ich gebe mein Bestes. Es gehört natürlich sehr, sehr viel Spannendes in dieses Thema hinein. Schauen wir mal, was ist denn vielleicht erst einmal ganz wichtig als Hauptgrund für diese Unvollständigkeit, die wir da eben auch in uns verspüren und gar nicht genau benennen können. Wir leben in einem Weltbild, das uns in unseren Gedanken, Gefühlen und in unserem Verhalten und so weiter geprägt hat. In unserer gesamten Lebensgestaltung, nicht wahr, haben wir ein Weltbild, das schlussendlich bei genauerer Betrachtung, die Anbindung ans Seelenwesen einfach ausgelöscht hat, weil die Idee vom inneren Wesen innerhalb des weltlichen Bildes sehr wegrationalisiert ist. Da sagt man so, ja, ja, scheint was drin zu sein im Menschen. So, irgendwo ist eine Seele. Ja. So, oder bei denen, die man gut findet, sagt man, ah ja, die haben noch eine Seele, die anderen nicht, die sind Schuft. Oder was auch immer. Es trägt dann ganz, ganz, ganz seltsame Blüten einfach, die Idee der Seele, weil es wegrationalisiert ist. Wir wachsen nicht in der Regel in einem Kindergarten auf, in dem schon geschaut wird, welche kleinen Seelen hüpfen da jetzt so rum, mit welchen Talenten und Fähigkeiten und was sollte gefördert werden, was entspricht dem kleinen Wesen, was entspricht nicht. So, sondern es gibt so Vorgaben, in die quetscht man sich rein. Dann geht es weiter in der Erziehung und in dem, was wir dann lernen, wie Leben geht und Lebensgestaltung geht. Und da ist kein Raum fürs innere Seelenwesen. In alten Kulturen war es anders. Da hat man geschaut, da kommt ein Seelenwesen an. Welche Fähigkeiten bringt es mit? Nicht wahr? So, das ist in Vergessenheit geraten. Aber wir können uns ja erinnern. Und in uns drin ist ja dieser Ruf. Deswegen fühlen wir uns dann ja auch so zerrissen. Wir spüren ja in uns, uns fehlt irgendwas in diesem Anbindungsthema. Wir wollen ankommen. Wir wollen uns verbunden fühlen. Wir suchen eine Zugehörigkeit im Miteinander. Wir suchen da ja was. Wir suchen eine Nähe. Aber allein körperliche Nähe bringt es dann auch nicht. Wir suchen so eine insgesamte Nähe und all so etwas. Was ist das? Ja, das ist diese Verbindung zum inneren Wesen und das aber auch wieder als Navigationsgrundlage einzusetzen. Weil wenn wir in einem Weltbild leben, das die Idee vom inneren Wesen und damit auch die Anbindung ausgelöscht hat, dann spielt das ja auch keine Bedeutung mehr für unsere gesamte innere Navigation. Also die Navigation zur Lebensgestaltung sollte ja vom Innen ins Außen fließen. Ja, das ideale Merzen, das innere Wesen gibt Impulse für ein sinnhaftes Dasein im Erdenleben, im Miteinander auch. Das wäre der Maßstab im eigentlichen Sinne, wie es das Leben hervorbringt, nicht wahr? Aber wenn die Seele keine Bedeutung mehr hat, ich meine, sag mal heute, oh, ich muss den Beruf wechseln, weil das passt nicht zu meiner Seele, das passt nicht zu meinem Wesen. Ja, viel Spaß bei den Reaktionen, nicht wahr? Aber wir trauen uns ja auch schon gar nicht mehr, das in den Sprachgebrauch zu integrieren, ja, so, weil da wirst du ja gleich irgendwie, was stimmt mit dir nicht? Du läufst nicht im Weltgeschehen wie das Weltgeschehen, aber sag, dass du zu laufen hast. Bei dir läuft was nicht rund, du bist wohl nicht ganz. Ja, das ist man in dem Moment auch nicht, ne? Ja, das ist das Verrückte. Es wird dann so bedeutungslos geredet und alles, was uns manchmal in der Hilflosigkeit bleibt, ist, wir sagen, mein Gefühl sagt mir, ich fühle das aber. So, und nur haben wir ein Dilemma, weil Gefühl kann aus allen möglichen Ecken kommen, muss nicht unbedingt aus dem Wesen kommen, nicht wahr? Gefühl kann ganz unterschiedlich zustande kommen in uns, deswegen ist das als Navigation dann auch wieder eher eine verschleierte Wahrnehmung, ja? Nicht das Wesen, das innere Wesen. Das heißt, uns fehlt diese Orientierung, ja, so, weil wir sind auf ein materiell orientiertes Weltbild ausgerichtet und damit beziehen wir uns natürlich dann auf den Körper, weil den können wir sehen, ja, so, und es gibt ja auch die Körpersinnlichkeit, das heißt, da gibt es viel Empfinden und Spüren und Fühlen auch, nicht wahr, so, und dann sagen wir, gut, dann ist es das, wo wir uns anbinden für ein Wohlgefühl oder für ein Ganzsein, aber das geht nicht, weil rein körperlich wäre sehr einseitig gedacht und auf Körpersinnlichkeit begrenzte Lebensgestaltung führt uns dann ja auch in seltsame Blüten, seltsames Konsumverhalten, seltsames Miteinander, aber schlussendlich wieder dieses, ich fühle mich nicht ganz, ich bin nicht ganz bei mir, ja, ich fühle mich nicht vollständig, daraus resultiert dann auch in dem Wortspiel, ne, das zweite, präsent sein, ich bin nicht ganz da, ja, wieder ganz sein, im Moment sein, im Augenblick sein, das geht ja einher, wenn ich die Vollständigkeit in mir nicht mehr spüre, mein Wesen nicht mehr spüre, dann fehlt mir was in der Vollständigkeit zum Ganzsein, aber es fehlt mir auch die Möglichkeit, wirklich ganz anwesend zu sein, weil ich bin ja nicht mit mir verbunden, wie soll ich denn präsent sein, nicht wahr, ja, 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 das sehen wir dann. Wenn man sich, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann stößt man schnell auf diesen Ausdruck von Körper, Geist und Seele, da wird von Körper, Geist und Seele gesprochen, wer dich aber jetzt schon ein bisschen kennt und mit deiner Arbeit vertraut ist, von den Seminaren etc., weiß, du arbeitest ganzheitlich und beziehst dich dabei aber auf vier Ebenen. Ja, wie kommt es denn dazu, könnte man jetzt mal so sehen, da hast du recht. Also Körper, Geist, Seele, das ist halt umgangssprachlich verbreitet und dann arbeiten wir so damit und sagen das auch so bei genauerer Betrachtung, wenn wir in die Arbeit gehen, reicht es nicht ganz. Manchmal spricht man auch von Körper und Seele und reduziert es dann auf die beiden Ebenen. Es ist alles nicht gänzlich falsch, aber wenn wir so richtig daran arbeiten und wenn wir unser Bewusstsein wieder wandeln wollen hin zum wesentlichen Leben und zur bewussten Lebensgestaltung, dann stellen wir halt gewisse Dinge fest, wo sich Verstrickungen in diesen Bezeichnungen auch finden. Nicht wahr, wenn wir jetzt stehen bleiben würden bei Körper, Geist und Seele, dann hätten wir körperlich eine Ebene, mit der wir arbeiten können, um aufzuwachen, um zu gucken, wo folge ich da Idealen, die mir gar nicht entsprechen oder wo reiße ich meinen Körper generell funktional aus einer Balance und er ist nur noch erschöpft und ich verlange von meinem Körper nur noch ein Funktionieren und merke gar nicht, dass es doch etwas Lebendiges ist, was gut behandelt gepflegt werden will, aufgetankt werden will, damit er auch gut für mich arbeitet und gut mit mir zusammen durchs Leben geht. Nicht wahr, so, dann haben wir die Geistebene bei dem Dreiergespann und das wäre dann in dem Fall, wenn man die drei nimmt, die mentale Ebene und dann hätte man die Seele und jetzt kommt und deswegen arbeite ich mit vier Ebenen, wenn man drei betrachtet, dann packt man die gesamte Gefühlswelt und Gefühlsebene in die Seelenebene und sagt, was du fühlst, das kommt aus der Seele und das stimmt eben nicht bei genauerer Betrachtung, wenn man anfängt zu arbeiten und deswegen arbeite ich mit vier Ebenen, mit vier Säulen, wenn man so will. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich seit Jahrzehnten die alten Lehren studiere und mit den alten Lehren unterschiedlichster Kulturen auch immer wieder in meiner Arbeit verwoben arbeite, ob ich jetzt das autogene Training, die progressive Muskelentspannung mache, Achtsamkeitsübung oder was auch immer, es fließt immer auch alte Weisheit in alles mit hinein, weil wenn wir uns ganzheitlich wieder begreifen wollen und frei werden wollen, dann müssen wir auf vier Ebenen schauen, ja, nämlich die erste Ebene wäre dann schon mal das Seelenwesen nicht wegzurationalisieren, sondern an erste Stelle im Verständnis wiederzustellen, das selbst wieder kennenzulernen, das ich bin, wieder in Kontakt zu kommen, da ist was in mir und das ist es wert, dass ich mich ihm zuwende und es wieder kennenlerne, ja, so und dann erkennen wir auch natürlich, dass wir einen Selbstwert haben, dass wir selbst Liebe wiederleben können und, 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 weil da ist dieses wundervolle Selbst, ja, und dann entdecken wir Gedanken, Gefühlswelt, da könnte man schon wieder zwei Ebenen bitte benennen, ja, warum arbeite ich mit vier? Da ist der Gedankenkörper, da ist der Gefühlskörper und da ist der physische Körper und die alten Lehren beschreiben das sehr schön, wenn man sich das schwer vorstellen kann, kann man ja sagen, Ebenen oder so, ne, das sind Gedanken, ich habe eine Gedankenwelt in mir, eine Gefühlswelt, dann wird es klarer, weil das ist Umgangssprache für jeden vielleicht greifbarer, aber es wird deutlich, dass die Gefühle nicht an die Seele gebunden sind, weil wenn wir arbeiten, stellen wir fest, dass das unterschiedliche Qualitäten sind, die wir wahrnehmen können. Alleine im Gefühlskörper können wir viele unterschiedliche Facetten von Gefühlen entdecken, woher kommen Gefühle, nicht wahr, das können wütende Gefühle aus dem menschlichen Bewusstsein, sprich aus dem menschlichen Ego, der menschlichen Persönlichkeit sein, die da entstehen, weil ich gerade ganz wütend, aggressiv und zornig bin, ja, da sieht man schon, das sind auch Gefühle, wenn Gefühle jetzt die alleinige Basis sind, für mich als Orientierung oder ich dann auch noch sage, die Seele fühlt in mir, dann müssen wir aber auch alle hässlichen und entarteten Gefühle nehmen, die uns eben auch passieren können, Leute, da sind wir ja alle nicht gefeit vor und haben wir auch alle schon erlebt und gehabt, nicht wahr, dann müssten wir ja sagen, die entstammen auch dem Seelenwesen, wenn wir jetzt aber mit dem Seelenwesen anfangen wieder zu arbeiten, stellen wir fest, das sind Empfindungen, die können niemals aus dem Seelenwesen kommen, nicht wahr, aber ja, deswegen arbeite ich mit viel Ebenen, damit es diesen Irrtum der Verstrickung dort nicht gibt, weil es gibt sonst auch eine regelrechte Verstrickung, weil das Seelenwesen ist so ein bisschen wie der Insasse im Auto und das Auto, sprich das Menschliche, der Körper, das besteht dann aus dem Gedankenkörper, dem Gefühlskörper und dem physischen Körper und die sind verwoben. Selbst in der Medizin sehen wir, dass es immer mehr ins Bewusstsein tritt eben auch, dass da ein Zusammenhang ist, dass wir über Gedanken und Gefühle, die wir lange denken, Gesundheitsprozesse unterstützen oder eben lähmen und verschlechtern und blockieren. Also dieser Zusammenhang, der ist sehr signifikant, wenn man weiß, wie man es beobachten muss und kann. Und die Frage ist eben auch immer, wer in uns ist denn eigentlich der Beobachter? Ja, wenn ich mich jetzt gleichsetze mit meinen Gedanken, wer beobachtet sie denn? Ich kann ja meine Gedanken, wenn ich das trainiere und Achtsamkeitstraining mache und Übungen mache, Konzentration verbessere und lerne mit inneren Bildern umzugehen und so weiter, dann stelle ich plötzlich fest, ich kann meine Gedanken regelrecht beobachten und verändern, verändere dadurch was in meinem Gefühl, was ist denn da los? Wer in mir beobachtet das? Wer nimmt denn diese Gefühle in mir wahr? Ja, so und all dieses, das ist dann ganz spannend, wenn man ins Bewusstseinstraining geht, um ganzheitlicher zu leben, dann stellt man mit vier Ebenen leichter fest, wie man seine Fortschritte aus der Disharmonie wieder in die Harmonie, in den Einklang bringen kann. Deswegen arbeite ich mit vier Ebenen. Umgangssprachlich verwendet man natürlich Körper, Geist, Seele oder Körper, Seele. Das mag alles sein und ist ja auch nicht falsch, wenn man es angeht, wenn man dann die Richtigkeit in der Differenzierung betreibt. Genau, dann ist es fein. Aber es geht ja, schlussendlich geht es darum, wir wollen wieder ganz sein. Und da müssen wir eben schauen, wie kommen wir zurück in diese Vollständigkeit und in diese Präsenz auch. Ja, wir wollen auch wieder präsent sein im Leben. Ja, das zeigt ja auch, dass dieses differenzierte Betrachten wichtig ist, weil im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn davon dann die Rede ist, dass die Seele krank ist. Ja, das ist es eben. Genau. Das gibt es ja häufig irgendwie, wenn die Seele Trauer trägt, Narben auf der Seele. Genau. Dann betrifft es aber doch immer eher eine Verletzung im Gefühlskörper. Richtig, ja. Und die Seele hat nichts. Ja. Also ist unangetastet davon. Ja, das traut man sich da hin, kaum zu sagen so. Aber wir sehen es in den alten Lehren und wir im Training wissen es ja auch. Und für manchen Hörer ist es vielleicht auch gar nicht so neu. Da hat es schon mal gehört. Aber es zu hören und es zu erleben in der Selbsterfahrung, im Leben, in der Lebensgestaltung mit einzubeziehen, ist natürlich auch unter Umständen ein weiter Graben dazwischen. Und das wollen wir aber zusammenbringen. Und deswegen ist es schön, dass du es sagst, weil es gibt so wahnsinnig viel, wo es dann heißt, die Seele ist krank. Die Seele ist verletzt. So, wenn ich jetzt sage, ich bin die Seele, dann bin ich erkrankt, dann bin ich verletzt. Dann konnte man mir etwas tun. Oder das verletzte Kind muss geheilt werden. Da muss man ganz vorsichtig mit sein, mit solchen Betrachtungen. Weil eine Seele kommt immer in der Vollständigkeit her. Die ist nie ein blödes Kind. Also mit blöd meine ich jetzt nicht blöd, sondern damit meine ich Hilflosigkeit und sonst was und kann sich nicht alleine und so und so. Wir kommen als vollständiges Wesen her. Unser Körper, der ist erstmal recht unfähig. Also da brauchen wir erstmal eine Windel offensichtlich und so dies und das und jenes und müssen gefüttert werden. Und meistens gehen wir auch noch so wieder aus dieser Welt. Aber das hat mit Körperlichkeiten zu tun, nicht mit der Seele. Die Seele ist nicht unfertig, wenn sie kommt. Und der Mystiker, das Karle, der hat das mal so schön gesagt, als er beobachtet hat, dass jemand mit einem Kind schlecht umging, hat er gesagt, hör mal, du hast da gerade einen großen Meister vor dir, mit dem du gerade so und so umgehst. Ja, und dann denkst du dir, ach du liebe Güte, was ist das denn? So, da ist schon jemand drin. Ja, der Körper, der ist gerade unbeholfen. Ja, so, der muss jetzt erstmal lernen zu laufen, der muss lernen, die Biologie muss wachsen und so dies und das und jenes. Aber das Seelenwesen da drin, das ist schon wer und bringt schon ganz viel mit. Und interessant ist auch, wenn wir die alten Lehren studieren und dann auch uns aufmachen, in die Selbsterfahrung zu gehen, dann stellen wir fest, stimmt, es gibt einen Teil in uns, der ist unzerstörbar und unverletzbar. Nicht wahr? So, und das ist dieses Seelenwesen, das ist schlussendlich auch unaussprechlich, das Seelenwesen zu beschreiben. Du musst es selber erleben. Das ist wie der Rosenduft, der Orangengeschmack und so weiter und so fort. Das musst du erleben, das musst du selbst erfahren und dann kann dir Achtsamkeitstraining und all sowas den Weg weisen, wie du das selbst erfahren kannst. So, die Übungen, die ich mit den Leuten mache, sind so Wegweisung, damit sie es selbst erfahren können. Aber die Erfahrung musst du schon selbst machen wollen, weil es ist so unaussprechlich im Menschlichen. Ja, Worte sind sehr begrenzt, das menschliche Bewusstsein ist sehr begrenzt, aber wir sind ja mehr als das menschliche Bewusstsein, nicht wahr? So. Aber im Umgangssprachlichen ist das leider im Irrtum sehr weit verbreitet, dass man dann sagt, die Seele ist krank, sie trägt Trauer, sie trägt Wunden oder das verletzte Kind. Ich bin kein Freund davon, weil wir sind nie ein verletztes Kind in dem Sinne, wie das oft dann dargestellt wird und müssen dieses Kindheit. Wir sollten unser Leben lang die kindliche Natur der Seele begreifen, die hat aber nichts mit dem Kindsein im Menschlichen zu tun, sondern wir haben alle gleichsam im Seelenwesen eine kindliche Natur im Sinne von, wir sind nicht statusverliebt in der Seele. Ja? Wir sind nicht dingesverliebt in der Seele. Wir sind verliebt und neugierig, lustvoll das Leben zu erkunden. Welcher Erwachsene ist das denn noch? Das hat aber nichts mit dem menschlichen Kind alleine zu tun. Und Wunden trägt jeder durch sein Leben, ob sie in der Kindheit entstanden sind, in der Jugend, im Erwachsenenleben oder wann und wo auch immer. Wunden im Gefühlskörper, nicht wahr? Früher oder später tragen wir sie und müssen schauen, wie bringen wir sie in Heilung. Wenn wir uns jetzt aber identifizieren und sagen, die Seele kann verletzt werden, dann stellen wir alle alten Lehren äußerst in Frage. Das wird aber erst deutlich, wenn wir uns mal beschäftigen, ob wir in die Bhagavad Gita schauen, ob wir in Christi Worte schauen oder ob wir in noch ältere Schriften schauen. Wie auch immer, die Indischen sind die Ältesten, aber es gibt ja vieles, was wir finden, wo klar wird, dass die Seele sehr unzerstörbar ist. Und wer es erforschen will und in die Selbsterfahrung geht, auf dem Weg, das Selbst wieder zu finden, wieder eins zu werden mit dem Selbst im Sinne von, der Mensch diktiert nicht der Seele, wie es Leben geht, sprich meine gelernten menschlichen Prägungen diktieren meiner Seele, wie es hier unten so läuft, sondern ich lasse meine Seele in den Menschen fließen, dann bin ich wieder eins. Aber meine Seele konnte nie verletzt werden, mein Gefühlskörper. Und das kann ein furchtbarer Schmerz sein. Also das ist gar keine Frage. Also das haben wir alle erlebt und das ist überhaupt kein Spaß. Wenn man aber in die Arbeit geht und man sagt, du als Seele bist jetzt krank und verletzt, dann ist es ein Stigma. Und dann ist es etwas, was auf dem Heilungsweg die Heilung aus emotionalem Schmerz fast unmöglich macht. Weil das ist eine der schlimmsten Heilungen für uns hier unten, der Gefühlsschmerz, den richtig zu verstehen und dann auch zu wissen, wie kommen wir da in Heilung. Nicht wahr? Wenn wir aber beginnen zu sagen, die Seele ist nie verletzt worden. Dein Gefühlskörper trägt jetzt diese Wunden, aber den können wir in Ordnung bringen. Nicht wahr? Durch Folgendes. Und dann geht man diese Schritte in die Heilung mit viel Empathie und Liebe und am konsequenten Training und Erneuern im Leben. Und dann ist es in der Betrachtung so, das Auto braucht einen Reifenwechsel. Oder beim Auto müssen jetzt mal irgendwelche Sachen erneuert werden. Im Sinne von die drei Körper geben das eine Gefährt, aber der Insasse, nicht wahr? Der ist heil geblieben. Da ist alles unversehrt geblieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir nehmen das verzerrt wahr, wenn wir sagen, die Seele könnte verletzt werden. Nicht wahr? Aber das ist nicht so. Wenn wir trainieren, spüren wir, dass die Empfindungen, die aus der Seele emporsteigen in uns, nichts mit menschlichen Gefühlen zu tun haben, die wir fühlen können. Das ist aber zu theoretisch, wenn wir uns nicht aufmachen, dass in der Meditation, im Achtsamkeitstraining, selbst im autogenen Training kann man anfangen, diese Sachen wahrzunehmen und zu spüren. In all diesen Übungen, die ich bislang über Jahrzehnte mit Menschen mache, kommen Menschen und merken, es ist eine ganz andere Wahrnehmungsebene, zu spüren, welche Empfindungen aus meiner Seele emporsteigen, in meinem Bewusstsein, in die Wahrnehmung kommen und menschliche Gefühlsebenen. Denn in menschlichen Gefühlen gibt es ja ganz viel. Es kann ja aus Gelernten, aus den Prägungen kommen, aus dem Ego kommen, es kann aus allen möglichen Bereichen kommen. Also bis es dann das Herz und das Seelenempfinden ist, sind da erstmal ganz viele Sachen, die wir vielleicht begreifen müssen für diesen Unterschied, den wir mit einbeziehen müssen. Und was wir begreifen müssen, ist eben auch, die Seele ist unzerstörbar und unverletzbar, aber wir können sie natürlich ihrer Entfaltung berauben und das menschliche Bewusstsein nach vorne stellen und sagen, ich renne eher mit dem Menschen, dann bin ich aber nicht im Einklang mit meinem Wesen, dann bin ich vielleicht im Einklang mit dem Äußeren und versuche da irgendwas, aber das wird nie inneren Frieden erzeugen. Wir können die Seele, wir können uns abhalten, uns selbst als Seelenwesen von der Entfaltung, die Lebensabsicht können wir unterdrücken, die wir mit in dieses Leben gebracht haben. Das ist ja verrückt, weil das ja wiederum zu Gefühlsschmerzen führt. Ja, deswegen glaubt man ja auch, die Seele schmerzt. Das führt dann sofort wieder in Gefühlsschmerzen und das Innere ruft nach dieser Entfaltung. Und dann müssen wir lernen, die innere Zerrissenheit auch zu lesen, denn sie ist ja eine Sprache. Innerer Zwiespalt ist eine Sprache. Alles, was uns innen drängt, ist eine Sprache. Wenn ich Unruhe habe, woher kommt sie, wenn ich das Gefühl habe, es muss eine Befriedung im Inneren her, es sind Dinge in mir. Es ist ja eine Sprache. Nichts kommt von nichts in mir. Es entsteht und es hat immer eine Logik. Das sieht man, wenn man mit diesen vier Ebenen arbeitet. In meiner Arbeit ist es immer wieder so schön. Am Anfang denkt man so, oh, das ist ein Knäuel, das werden wir nicht entwirren und die Seele ist krank oder so. Und dann fängst du halt an, Schrittchen für Schrittchen, Klarheit hineinzubringen. Und dann hat alles immer eine Logik. Und dir konnte niemand etwas tun. Du bist unversehrt. Und so. Ja, das ist ganz, ganz wichtig für den Heilungsprozess, denn das ist, wie es ist. So ist es ja. Und das dann zu erfahren, das ist so heilsam. Dieses, mir konnte man nie etwas tun. Das Menschliche ist sehr kaputtbar. Das steht außer Frage. Das sehen wir schon bei der Physis, nicht wahr? Das sehen wir schon beim physischen, stofflichen Körper ja ganz sehr. Wenn wir da auch nur ein paar Grad Abweichungen haben in der Temperatur, wird es brenzlig, nicht wahr? So. Das ist ein sehr fein justierter Organismus. Ja. Und deswegen müssen wir ja auch lernen, sehr fein auch wieder mit ihm umzugehen, eigentlich mit allem Leben, nicht wahr? So. Aber wir sind ja jetzt bei dem Körper und der Seele und den drei Körpern. Und wie können wir wieder in diese Verbindung kommen? Damit wir wieder in diese Verbindung kommen, weil der Gefühlsschmerz ist nicht die Seele, hilft schon mal auf dem Weg. Wir müssen uns unserem Selbst zuwenden, diese Verbindung spüren. Dann sind wir wieder mit dem Leben. Ja. Weil wir sind Leben da drin, nicht wahr? Wenn wir als Leben weiterziehen, dann kann der Körper machen, was er will. Der kann nicht aufrechterhalten, wenn die Seele weiterzieht. Wir sind Leben. Und wir sind dieses Lebendige. Und damit wollen wir uns wieder verbinden, um uns wieder ganz zu fühlen. Und dann wollen wir Gedanken, Gefühle und den physischen Körper auch wieder als eine Einheit in diese Wesensentsprechung bringen im gelebten Leben. Ja. So in der Lebensgestaltung. Ja. Also dieser Gefühlskörper, diese Identifikation damit, das kennt ja auch jeder. Was natürlich auch jeder kennt, ist dann, wenn wir jetzt in den mentalen Bereich gehen, das Gedankenkarussell. So wenn uns Sorgen und Ängste und Zweifel an uns selbst oder so Grübeleien einfangen und festhalten wollen. Da fehlt ja auch was zum Ganzsein oder stimmt ja was nicht in dem Gedankenkörper, wie du ihn genannt hast. Ja genau. Ja. Also Gedankenkörper ist ja keine Bezeichnung. Ich erfinde diese Sachen ja nicht, ihr Lieben. Das ist auch ganz wichtig. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Sondern ich vermittle einfach ein altes Wissen so, dass man es selbst erfahren kann. Weil der Schlüssel liegt immer darin, wir müssen es aufbereiten, damit wir es selbst erfahren können. Jede Zeitqualität hat ihre Termini und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen. Das Schöne ist ja, dass es dann auch wirklich funktioniert. Das ist das Tolle. Ja. Ja. So. Also. Das Gedankenkarussell. Ja. Also. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also. Erstmal ist es so. Das fragt man sich auch im Gedankenkarussell. Genau. Das ist so. Oh Gott. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Kommen wir gleich in diese Energie. Ach, du liebe Güte. Also. Zum einen ist es so, wenn wir eine falsche Überverantwortung in uns spüren gegenüber Liebsten in unserem Umfeld. Und da können wir ja auch ein Lied von singen. Wer intensiv liebt, der sorgt sich auch viel. Der spürt Ängste. Der spürt Zweifel. Der spürt sehr viel im Umsorgen der Liebsten und will, dass es dem Umfeld und allen gut geht. Und reibt sich da natürlich auch sehr häufig auf und ist dann im Gedankenkarussell sehr gefangen. Also. Da können wir ja alle, die wir viel lieben, ein Lied singen. Nun müssen wir aber lernen, und das ist gar nicht so einfach für große gute Herzen, dass wir eine Überverantwortung auch lernen müssen, in eine gesunde Verantwortung zu bringen. Nicht wahr? Das ist ein Teil, den wir sehr häufig im Karussell, im Gedankenkarussell von Ängsten und Nöten und Sorgen, so wie du es ansprichst, finden. Und was wir aber auch sehr häufig beobachten bei der Thematik Gedankenkörper ist im Terror regelrecht gefangen. Gedankenkarussell ist ja so eine Vorstufe und irgendwann bist du in so einem mentalen Terror. Da kannst du gar nicht mehr loslassen. Da hängst du in einer Sache, die in der Vergangenheit liegt fest und quetscht die 20.000 Mal am Tag durch deine Hirnwindungen durch und machst auch wieder Selbstverletzungen. Weil, und jetzt kommt, du irgendwelchen Prägungen im Gedankenkörper halt erlaubst, die Zügel zu übernehmen. Da sind dann zum Beispiel vorgefasste Meinungen. Und wenn dann das, was du erlebst, nicht zu diesen vorgefassten Meinungen passt, dann läufst du hinterher in Gedanken wieder im Karussell rum und terrorisierst dich in Gedanken. Weil da hat jemand so und so über dich geredet oder da war dieses so und so oder da ist jemand und das müsste doch so und so sein. Oder im Umgang warst du doch schließlich so und so. Und dann gibt es so hunderttausend Sachen, wo du dann hinterher zu Hause sitzt und aufgrund von vorgefassten Meinungen, die nur Prägungen sind, die änderbar sind. Hallöchen. Ja. Ja, so. Aber du trägst das so im Gedankenkörper. Es hat sich so eingebrannt, wie so Rillen. Wie so bei Schallplatten gab es früher diese Rillen. Und dann spult sich das ab und dann hüpft es immer wieder in diese Rille der vorgefassten Meinung in dir oder der Selbstbildängste oder alter Glaubenssätze. Und dann hüpft das immer in diese alte Rille. Ja, das sind auch wirklich die Verknüpfungen im Gehirn. Ja, ja, natürlich. Neuronennetze werden gebildet und Biochemie schüttet sich aus und so weiter. Und dann haben wir halt so eine Art von Gewohnheitszwang in uns. Aber das Tolle ist, das können wir alles ändern. Also das ist uraltes Wissen, dass man das ändern kann. Ja, wenn wir die Elementallehren studieren, dann sehen wir das. Wir können das ändern. Und selbst Wissenschaftler zeigen ja heute Gehirnstrukturen und so weiter und so fort, wo man im Laufe der Zeit sich umtrainieren kann. Biochemie kann man umtrainieren. Alles, woran wir uns gewöhnt haben, will uns so zwingen. Das sehen wir im Essverhalten, dass wir dann so ein Körperwohlgefühl haben. Und wenn wir dann versuchen, gesünder zu sein, dann zwingt uns der Körper regelrecht. Wir werden nervös und sagen, jetzt werde ich ganz übellaunig und so dies und das. Und dann müssen wir es ganz schnell essen, damit die Biochemie wieder glücklich ist. Und so. Also das ist ja alles ein Wissen, das schwappt ja zum Glück mehr und mehr in unser Bewusstsein, weil dann kommen wir auch raus aus diesem, ich muss unbedingt diese vorgefasste Meinung und ich muss unbedingt meine Prägungen erfüllt sehen, damit ich wieder beruhigt bin. Nee, Leute, das ist einfach nur gemachte Struktur, die veränderbar ist. Ja, also wir haben so einen Gedankenspeicher und der kann erneuert werden. Ja, also das ist ganz wichtig, gewusst wie natürlich, aber das kann alles erneuert werden. Und am besten nicht nur mit, ich will jetzt neu denken. Ja, auch das sehen wir in unserer Arbeit ja viel. Ich arbeite ja auch sehr gerne mit positiven Affirmationen, Autosuggestionen und so weiter und so fort. Aber ihr müsst immer sehen, gewusst wie. Weil wenn wir es nur drüber stülpen, dann wird es uns nichts nützen. Wenn wir es als Tool begreifen beim Hausbau, Bewusstsein, neues Bewusstsein, neues Haus bauen, Bewusstseinswandel, ja, das ist eins der Werkzeuge, ja, dann wissen wir auch, nur neu denken, das funktioniert nicht. Aber wenn wir mit den vier Säulen wieder arbeiten und sagen, ich bin das Wesen, ich bin und ich nutze meine Gedanken, weil meine Gedanken erzeugen meine Wirklichkeit, strömen aus mir aus, nicht wahr. Meine Gedanken prägen meine Gefühle, das wiederum prägt mein Körperempfinden und meine Körperbefindlichkeit und kann Gesundheit unterstützen maßgeblich, nicht wahr. Und dann entsteht wieder ein Einklang mit mir, dann gestalte ich im Tun und im Verhalten und in der Wahl der Worte, im Inneren wie im Außen und so weiter. Dann verändere ich tatsächlich den Gedankenspeicher, auch recht zügig, sprich Neuronennetze und so. Nur zu versuchen, neu zu denken, wird das Gedankenkarussell nicht auslösen. Deswegen binde ich ja gerne autogenes Training an, so ein Training und, 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 weil dann hast du gleich diese Vielschichtigkeit, mit den vier Ebenen gleichzeitig unterwegs zu sein. Ja, weil dann auch probiert, in diesem, äh, diese Gedanken, äh, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen durch positive Affirmationen. Ja, ja. So, da möchte ich gerne einen Podcast, äh, zu empfehlen. Kraftquellen. Ah, darf ich sehen. Ja, super. Warum positive Affirmationen und Autosuggestionen, gewusst wie, die Kraft schenken können. Ja. Schaut ruhig mal bei unseren Podcasts rein. Ja, ist mir gerade gar nicht eingefallen. Danke, dass du das nochmal sagst. Ja, schön. Aber das, äh, passt sehr gut zu dem, was du sagst. Man kann nicht einfach anders denken. Genau, weil wir können jetzt nicht auf das Thema auch noch, äh, äh, explizit gehen. Genau. Aber sehr schön, genau. Weil da wird es auch nochmal ein bisschen deutlicher. Ähm, und, äh, nehmt immer das Verhalten mit rein, wenn ihr die Sachen verändern wollt. Nicht wahr? Weil die einen leiden unterm Gedankenkarussell, die anderen unterm emotionalen Schmerz. Und, äh, äh, in Etappen haben wir alle, alle schon erlebt. Ja. So, der, der physische Körper, der dann, äh, seine Themen hatte, äh, äh, und dann, äh, Gedanken und, äh, und so weiter. Und, äh, es gibt aber Wege in die Heilung, die, äh, immer mit einem holistischen Betrachten zu tun haben. Und so müssen wir mit einem ganzheitlichen. Und so müssen wir es auch machen für uns selbst auf diesem Weg in diesem Bewusstseinswandel. Weil sonst halten wir uns ja immer für das Ganze. Ja. Ja, ja, da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Ja. Weil man braucht natürlich, wenn man diesen Bewusstseinswandel, wie du nennst, ähm, vollziehen will, um wieder ganz zu werden, braucht man natürlich auch erstmal eine Portion Mut und Ehrlichkeit reinzuschauen. Natürlich, natürlich. Das ist ganz wichtig. Ihr Lieben, schenkt euch das. Schenkt euch Mut, Humor und Ehrlichkeit. Lernt über euch zu lachen. Entschuldigung. Ja, nee, weil, weil, weil es ja so ist, dass man, ähm, ist ja auch eine Identifikation, die da stattgefunden hat. Mit einer gewohnten Gefühlsstruktur und Gedankenwelt. Ja. Was ich lange gedacht, gefühlt habe, so, was ich errichtet habe, ähm, führt mich zu der falschen Annahme, dass ich so oder so bin. Ja. So bin ich halt, so denke ich halt, so fühle ich halt. Ja. Wenn du, wenn du zum Beispiel lange in einem Umfeld warst, das, äh, sehr böse gedacht hat, im Sinne von sehr abfällig, übergriffig, äh, kannst nix, bist nix, wie siehst du aus und dies und das, nichts gelingt dir und sonst wie. Mhm. Dann verselbstständigt sich das ja in den sogenannten Glaubenssätzen in dir und, und, und. Und dann brauchst du einfach viel Mut, wenn du es verändern willst, nicht wahr? Wenn du dir selber angewöhnt hast, ein blöder Schlumpf im Verhalten zu sein, auch das passiert, ihr Lieben, ich muss es einfach mal ansprechen und dann hat man doch mitgelästert oder hat doch irgendwie große Töne gespuckt, weil man sich selber gerade klein glaubte oder sonst irgendwas. Leute, kommt, ne, das ist uns allen passiert und das passiert so. Aber dann wollen wir es natürlich ändern und dann brauchen wir Mut. Mhm. Und wie ich vorhin schon, schon so schön sagte, äh, ja, das mit der Überverantwortung, was wir gerade hatten, braucht auch Mut, ne, wenn du dich, äh, sehr versorgend mit deinem Umfeld bist, braucht es Mut, wenn du dann sagst, ich glaube, ich bin überverantwortlich und muss mal normalverantwortlich mit euch umgehen, das wäre besser für mich und euch. Auch das braucht Mut, ja, so. Und, 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 und so sind eben viele Dinge, äh, das, 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 das braucht einfach Mut, das große Herz, ne, das hatte ich vorhin auch, ähm, das große, große Herz, äh, wir brauchen Mut, ja, wenn wir dann irgendwie freundliche Sachen zu, selbst das ist ja, es ist ja verrückt, selbst wenn wir uns was Freundliches sagen im Miteinander, also wenn wir unterwegs sind und so, selbst dafür brauchen wir heute Mut, also was ist mit uns denn los? Ach, das können wir doch besser. Ja, können wir. Wir erleben es ja auch. Das können wir. Aber die Identifikation. Wenn wir uns mit dem Schmerz identifizieren, haben wir keine Chance mehr, uns zu entwickeln. Dann sagen wir, ich, Seele, ich, krank. Wenn wir sagen, in der Kindheit war was, dann sagen wir, ich, verletztes Kind für immer und ewig. Ja, so. Und dann gibt es so ein paar Heilungsansätze und so dies und das. Ich will nicht schlecht reden. Alles, äh, wird was sein, wo man was finden kann. Aber wir müssen es, äh, weise einbeziehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen schauen, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, wo wir in der Identifikation dann stehen bleiben, weil dann ist Gefahr von Egoismus durchaus mal gegeben. So, ne? Ich muss jetzt für meine Wunde sorgen. Und auch das sehen wir im gelebten Leben. Keiner hat für mich gesorgt, jetzt sorge ich für mich. Das kann uns passieren. Gar keine Frage. Aber es ist nicht die Ganzheit. Es ist nicht das Ganzsein, in das wir kommen. Es ist nicht die Vollständigkeit. Dann fallen wir von einer Einseitigkeit in eine andere Einseitigkeit. Das ist wie ein Pendel, ne? Das ist dann das Pendel, genau. Und das ist dann sehr traurig, weil dann haben wir uns immer noch nicht gefunden und sind nicht angekommen und auch nicht angebunden. Dann verlieren wir uns, aus dem Verlieren gehen wir los, wollen uns finden und verlieren uns wieder. Und auch das kann man finden. Und deswegen, wir müssen mit gewissen Begriffen schauen und wir müssen immer sehr schauen, in die Selbsterfahrung zu gehen auf dem Weg. Wir sind in der Identifikation sonst ganz schnell. Ich bin meine Gedanken. Ich bin meine Gefühle. und so all dieses, nicht wahr? So. Und dann vergessen wir, wer wir wirklich sind. Und das wäre schade, weil jeder ist ein schönes Wesen. Kommt raus! Aus eurem Schneckenhaus! Mal anders identifizieren, nämlich mit diesem, wir sind Geist-Seele-Wesen. Ja. So ein Ich-Bin, ein inneres Wesen. Ja, das ist es doch. Und wir haben wundervolle Möglichkeiten durch diese drei Körperebenen, von denen wir gesprochen haben, um unser menschliches Leben wieder in Einklang zu erfahren zu können. Das ist es, dann sind wir wieder ganz. Wenn wir dann praktisch lernen, bewusst im Umgang mit unserem physischen und mentalen und emotionalen Erleben zu leben. Richtig. Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist toll. Ja, das ist sehr schön. Genau das ist es doch. Ja. Also, wenn wir das wieder lernen zu integrieren, das Wegrationalisierte wieder integrieren, so wie du es gerade so schön sagst und die drei Körperebenen begreifen, um unser menschliches Leben wieder im Einklang mit dem Wesen zu gestalten. Ach, ihr Lieben, also dann wird es ja nur schön, weil dann lieben wir unsere Natur wieder. Und wer seine eigene Natur wieder liebt, der liebt das Leben. Der liebt die Natur auch wieder. Und was wir lieben, behandeln wir gut. Ups, kleiner Hint zum Schluss. Dann wird alles ein bisschen schöner. Ja, zumindest da, wo wir sind, können wir viel, viel, viel Schönheit ins Leben bringen. Ja, das wünsche ich euch. Sehr schön. Und wenn ihr jetzt auf dem Weg ins Ganze ein seid und ein bisschen Hilfe dabei benötigt. Wir benötigen immer Hilfe. Ich bin jeden Tag froh um alle Hilfe. Sag es mir, wo kriege ich Hilfe. Ja, aber es ist doch so. Du hast ja großartige Trainingsalben zu vielen Themen gemacht. Je nachdem, was dein Thema, lieber Hörer, jetzt gerade ist. Genau. Kannst du mal schauen auf sera-benia.de. Richtig. Ob es die Selbstliebe ist oder ob es der Einklang im Herzen ist. Die Intuition. Die Intuition. Das autogene Training, progressive Muskelentspannung, von der du eben gesprochen hast. Ja, lege ich sowieso jedem ans Herz. Ja, ja. Das sprengt schön die Krusten. PMR ist super. Ja, toll. Aber schaut da gerne mal durch auf sera-benia.de. Gibt es auch Hörproben und immer ausführliche Beschreibungen, was es denn mit dem jeweiligen Trainingsalbum auf sich hat. Ja, genau. Und dann ist der Weg dann freier. Losgehen. Einfach losgehen und machen. Schrittchen für Schrittchen. Wieder ins Ganzsein kommen. Und dann können wir auch wieder die Vollständigkeit spüren. Wieder präsent sein. Ja, Leute, dann macht doch alles mehr Freude. Die Freude kommt dann automatisch. Mutig und ehrlich ins Ganzsein. Ach, das ist schön. Dankeschön. Das machen wir. Das machen wir jetzt einfach. Das wünschen wir euch, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche und alles Liebe für euch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera-Benia-Verlag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.